Ja, 4-0 verloren, da steht es nochmal. Genau, die stossen uns den Dolch gleich nochmal in den Bauch oder wohin auch immer. Keine Chance gegen Holland im WM-Achtelfinale. Das muss man einfach so sehen, nicht mit der B-Mannschaft. Die andere Hälfte, die die eigentlich spielen hätten sollen, die waren alle platt. Ja, da hieß es, hättest du vielleicht früher mal auswechseln müssen, im dritten Gruppenspiel zum Beispiel. Ja, hätte vielleicht nicht geschadet. Das Problem ist einfach, dann hätten wir wirklich die Qualifikation aufs Spiel gesetzt. Und dann wäre es gar nicht dazu gekommen, dass wir ins Achtelfinale gekommen wären. Gut, also WM vorbei. Ich würde sagen, wir starten da mal langsam in die neue Saison. Allerdings möchte ich nochmal kurz gucken bei den Transfers. Wir haben eigentlich immer noch genug Geld. 13 Millionen haben wir jetzt. Okay, wir haben natürlich noch zwei Sachen, die laufen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ein Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Ich würde jetzt aber trotzdem, wenn wir schon das Geld haben, hier schnell was gucken. Ne, Moment, das bringt ja nichts. Also bringt dahingehend nichts. Wir müssen Namen haben, haben wir nicht. Ich habe nur noch vorgeschlagen, den Kollegen aus Neuseeland mal sich anzugucken. Ja, hier er, guck mal, er Barbero, genau. Den haben wir ja eigentlich fast schon gekauft. Da müssen wir noch die Lohnverhandlungen führen. Aber haben wir nicht irgendwie einen teuren Stürmer? Irgendein Knaller? Wir können den anderen ja auch wieder verkaufen. Das ist ja auch nicht verboten. Hier er, das wäre natürlich schon was. 17 Millionen. Wir machen das mal. Und zwar würde ich dann gerne Muji dazugeben. Mal gucken, ob das funktioniert. Das Problem ist, wir können dann die anderen Transfers natürlich nicht bezahlen. Dann können wir auch den Mittelfeldspieler gar nicht. Das ist irgendwie, das ist glaube ich nicht so clever, was ich gerade mache. Äh, ich versuche es mal. Äh, gerne den Stürmer. Und zwar, nein. Äh, hier, ihn. 400.000 gibt das. Da müssen wir tatsächlich doch Laudi hergeben. War ja eigentlich eine Grundidee. Das Problem ist halt, er ist 17. Das wäre schon irgendwie schade. Und er ist Torschützenkönig. Ja, und Heisi, ne, der ist unverkaufbar, unverkaufbar hätte ich fast gesagt. Unverkäuflich. Und Muji bringt nicht viel. Wir versuchen es trotzdem mal. So, dann senden wir mal ein Angebot. Ne, das könnt ihr vergessen. Wenn wir den jetzt kaufen. Jetzt habe ich nicht mal geguckt. 22 Millionen. Ne, come on. Das könnt ihr vergessen, weil das bringt nichts. Das hätte ich gar nicht anfangen sollen. Wir haben ja nicht, wir haben die 13 Millionen, ist klar. Aber wir müssen erstmal gucken, ob wir die anderen beiden Spieler kriegen. Sonst, äh, nachher können wir uns die nicht mehr leisten. Und das ist ja auch doof. Dann hätten wir die Transfers gar nicht machen müssen. Wir gehen hier mal zu dem hier. So, ein schönes Training wahrscheinlich. Oder was haben wir? Nein, da haben wir was. Hallo Herr Heisenberg. Ne, hallo Herr Heisenberg steht da. Wir freuen uns, dass Sie eine weitere Saison für uns tätig sind, angesichts Ihrer Leistungen. Äh, in der letzten Saison der erzielten Einsparungen hat der Vorstand beschlossen, dass diesjährige Transferbudgets des Vereins um 1,5 Millionen zu erhöhen. Sehr schön. Dienst steht somit insgesamt am Transferbudget, das haben wir gesehen. Äh, ja, das werden wir einsetzen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass weniger wichtige Vorstandsfinanzerwartungen und zusätzliche Mitglieder in jeder Saison und aus jedem Spiel auch verkauft bedeuten. Sie sollten die Finanzziele daher beachten und erfüllen, um den Vorstand bei Laune zu halten. Okay. Barbero. Mein Agent und ich können es gar nicht erwarten, die Kondition meines Wechsels zu Heisenberg FC mit Ihnen zu besprechen. Ich freue mich auf die Chance, für Sie zu spielen und ich hoffe, dass die Verhandlungen reibungslos verlaufen. Das wäre sehr schön. Ja, das muss ich auch sagen. Da dies für mich eine wichtige Entscheidung ist, sollten wir die Verhandlungen bald durchführen. Okay, machen wir. Ähm, kann ich mit dem reden jetzt schon? Verhandeln? Verhandeln. Wir verhandeln mal. Ich dachte, das geht automatisch irgendwann, aber nö. Mal gucken, was der für Lohnforderungen hat. 13,5 hat er bis jetzt. Äh. Äh. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich will mal ein Gegenangebot machen. Beziehungsweise. Ja, er ist eigentlich schon ein Schlüsselspieler. Mit 70, würde ich behaupten. Okay, gut. Wie sieht es sonst aus? Das läuft richtig gut. Jawohl. Wie lange soll der Vertrag dauern? Ich würde mal vier Jahre machen bei so einem jungen Spieler. Mal gucken, was sie meinen. Ja, das wollen sie auch. Freigabesumme brauchen wir keine. Übergehen wir. So, und jetzt kommt es zum Lohn. Wir machen mal. Machen wir mal nochmal die 13.000. Mal gucken. Ne, 13,5 hat er gehabt. Mal gucken, ob er das annimmt. Ich hoffe es mal. Wir werden es gleich wissen. Na, jawohl. Damit ist er zufrieden. Damit gehört der Mann uns. Das ist ja wunderbar. So, dann haben wir jetzt eine Konkurrenz für Heisi, Laudi und Mutschi. Wobei, Mutschi wird wahrscheinlich gehen. Den haben wir auf die Transferliste gesetzt. Da müssen wir jetzt natürlich zuerst, äh, ja, Angebote kriegen. Sehr gut. Und Herr Wood? Was ist mit ihm hier? Der ist zu teuer. Den können wir eigentlich, äh, rausnehmen. Habe ich mit dem? Achso, ne, da ist ja eh ein X. Also das wurde abgelehnt. Ja, gut. Dann können wir hier eigentlich das hier löschen. Der Mann gehört uns. So, gehen wir mal zurück. Wir haben im Büro nichts mehr. Dann machen wir einen Trainingstag. Uh, hier haben wir immer noch was, was wir noch nicht gemacht haben. Der getimte hohe Steilpass. Ja, den kann ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Sollen wir das mal testen? Wir haben schon lange nicht mehr, äh, das ganze Training. Training gemacht. Ja, ich muss mal, was weiß ich, kriege ich es eh nicht hin. Y und LB. Okay, das war es schon mal nicht. Ähm. Auch nicht. Okay, das müsste da aber eigentlich. Ja, das müsste geklappt haben. War zwar kein Tor, aber immerhin war es das, was sie wollten. Ja, ne, ich glaube, ich kriege das wieder nicht hin. Kann das sein? Ja, das kann tatsächlich sein. Äh. Der war doch nicht schlecht, okay. Falsche Taste. Ach so, falsche Taste. Stimmt, ich habe die falsche Taste erwischt. Da habt ihr recht. Äh, ich wollte gerade. Mach weiter. Immerhin D. Okay, Ergebnis. Sonst müssen wir die nächste Übung machen. Die haben wir, glaube ich, schon. Auf A, das wäre schade gewesen. Jetzt haben wir immerhin D. Das ist immer noch nicht wirklich gut. Aber es ist okay, denke ich. Es ist besser wie gar nichts dort zu haben. Gut, Büro haben wir nichts. Wir gehen weiter. Ähm, das wird simuliert, würde ich vorschlagen. Und dann nähern wir uns wahrscheinlich dann langsam, ja, der Saison Pause. Oh, ein Transferangebot für Iniesta. Eieieiei, ja, irgendwie ganz sicher. Nein, auf der anderen Seite, der Mann ist halt schon älter. Äh, da würden wir 9 Millionen kriegen. Und wir kaufen hier eigentlich einen Mittelfeldspieler. Jetzt ist natürlich die Frage. Äh. Ja, oh Gott, nee. Aber Iniesta verkaufen. Ich war so stolz, dass wir den gekriegt haben. Auf der anderen Seite. Äh, wie alt ist er denn? Nein, nochmal 38. Also der spielt sowieso nur noch die Saison zu Ende. Ja, und nachher kriegen wir keine 9 Millionen mehr. Ich würde sagen, ähm, nehmen wir das an? Ja, das nehmen wir an. Zack, okay. Dann haben wir nämlich 20 Millionen auf dem Konto. Damit können wir noch was machen. Okay, gut. Gehen wir zurück. Mir bricht zwar wirklich das Herz, muss ich gestehen. Aber ich denke, die Logik dahinter ist nicht, äh, die ist nachzuvollziehen. Eben, der Mann spielt maximal noch ein Jahr. Und dann? Dann kriegen wir gar nichts mehr für ihn. Okay. Äh, weiter. Ah, irgendwie ärgert es mich jetzt trotzdem. Aha, da möchte jemand Mutschi haben. Machen wir mal. Da möchte ich aber mehr rausholen. Wenn es irgendwie geht. Wir verhandeln mal. Also viel mehr werden wir nicht kriegen. Und irgendwie ist das auch doof. Wir nehmen dann 30.000. Äh, weil ich gehe jetzt hier auf die 600.000. Mal gucken. Hm. Okay, sie sind bereit. Okay, dann ist er weg für 600.000. Das ist wesentlich eine runde Zahl. Jetzt muss ich gucken, dass wir nicht den Überblick verlieren. Äh, dahingehend, dass wir am Schluss dann alle verkaufen, die wir haben. Das kann es natürlich auch nicht sein. Nein, das wird schon nicht passieren. Gut, das können wir auch löschen. Gehen wir zurück. Und machen nochmal ein Training am 7. Juli. Au, Karussell haben wir auch noch nicht. Machen wir noch ein Karussell? Das klingt doch gut. Was macht man denn im Karussell? Hä? Schliesse vor Ablauf der Zeit möglichst viele Heberpässe zu den markierten Spielern ab. Aha, Heberpässe. Mhm. Mal gucken, ob es klappt. Äh, falsches Ziel. Ist mir klar. So, aber hier, das war ein Heberpass. Ja, das müsste doch auch funktionieren. Äh, mein Gott, aber er trifft halt auch den Ball nicht, der Kollege. Hä? So, jetzt hat es geklappt. Er ist markiert und der andere ist markiert. Aber der geht zu dem hin. Gar nicht schlecht, vielleicht den Ball zuerst zu stoppen. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Wenn er ihn direkt in den Rücken gespielt. Wenn er ihn direkt nimmt, dann erwischt er ihn nie so gut. Leider. Ja, das hat auch nicht geklappt. Er ist abgestorben. Guter Start immerhin steht. Das freut mich doch schon mal. Ah, wieder in den Rücken gespielt. Leistung, Wiederholung. Nö. Wir simulieren das. So, dann haben wir hier ein F. Das ist natürlich eher Bieter. Aber vorher hatten wir gar nichts. Also von daher ist es eh schon eine Verbesserung. So, ich möchte, wenn es irgendwie geht, natürlich noch ein Spiel haben. Gibt es denn Freundschaftsspiele? Wie war denn das zu Beginn der letzten Saison? Ich weiß es gar nicht mehr. Werden wir sehen. Oder muss ich die selber irgendwie machen? Äh, halt. Das war SC Engelsson. Lorenz, Alt, die Zigi. Ne, Zigi, nein. Äh, das löschen wir gleich wieder. Zigi bleibt. Zigi ist Kult. Zigi gehört zum Verein. So wie Heise. Und ja, Laudi natürlich auch. Aber eben. Ja, wir haben dann irgendwann zu viel Stürmer. Naja gut, wir gucken. Wir gehen weiter. Nochmal ein Training. Ja, D, D, D. Das lassen wir. Okay. Und dann haben wir hier Büro, Büro, Büro. Ja, Iniesta ist weg. Das tut mir tatsächlich nochmal weh. Um 6 Millionen wurde das Transferbudget nochmal aufgestockt. Okay. Äh, wie sieht's denn aus mit dem Trans... Nein, nein, nein. Ich möchte... Nein, 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 nein. Ich möchte noch nicht beenden. Mit dem anderen, den wir da noch... Fürs Mittelfeld doch eigentlich irgendwie... Haben wir den nicht auch noch? Ich weiss jetzt gar nicht mehr, welcher das war. Eigene Angebote. Barbero. Erhaltene Angebote. Auf der Transferliste. Laudy und Mucci. Okay. Dann haben wir aber fürs Mittelfeld den einen Mann noch nicht. Wisst ihr was? Dann gehen wir doch nochmal schnell gucken. Jetzt haben wir ein Transferbudget. 15... Eigentlich 16 Millionen. Okay. Gut. Wir schauen mal. Einen Spieler suchen. Egetter. Den beobachten wir doch E. Äh, wie schreibt man das denn? Egetter? A, E, G. Ne. E, G. Oh Gott, ich weiss nicht, wie man es schreibt. Aber haben wir den nicht sowieso unter Beobachtung? Gehen wir nochmal kurz zurück. Äh, Transferzentrale. Ist der nicht hier drin? Ne, der heisst ja auch nicht Egetter. Der heisst Ebischer, Herr Heisenberg. 14 Millionen. Den könnten wir kaufen. Das wäre ein Wallabler-Satz, würde ich sagen. Der ist 25. Also der ist auch noch in einem guten Alter. Wir gehen mal in die Verhandlung. Der wurde eh mehrfach vorgeschlagen. Also, Transfersumme. Ja, wir könnten natürlich einen Spielertausch auch noch machen. Aber die Leute, die wir haben, die nicht spielen, die haben kaum einen Wert. Also das wird nicht viel bringen. Denke ich mal. Wir machen mal einen auf Ablösesumme. Äh, wie viel? 14 Millionen stehen dort. Machen wir mal 13. Machen wir mal 13. Mal gucken. Ich hoffe, dass sie nicht gleich abhauen. Da wäre ich froh. Hm, nicht abgeben. Uh, 20 Millionen. Und dann haben wir noch 10 Prozent. Echt jetzt? Das ist ja... Ui, 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 ui. Ich habe mich eigentlich schon gefreut, dass wir den kriegen. Aber, hm. Ja, können wir nicht. Die 17 Millionen, die haben wir nicht. Die können wir nicht ausgeben, wenn wir sie nicht haben. Dann müssen wir das nochmal irgendwie versuchen runter zu handeln. Wir haben 15. Ja, ein bisschen weniger noch. Das wird nicht funktionieren. Wir werden den nicht kriegen. Da bin ich fast sicher. Nicht für dieses... Nicht für dieses Geld. Uh, jetzt kommen sie aber aus 16,7. Okay. Wir müssen nochmal... Äh... Hier, kurz. Oder wir können ja jetzt... Genau. Geben wir doch nochmal einen Spieler dazu. Mittelfeld am besten. Blanko sicher nicht. Marius Marin, 66. Wir hätten dann ja einen Mittelfeldspieler nochmal einen anderen. Ich würde ihn noch dazugeben. Okay. Und jetzt aber nochmal die Transfersumme. Da würde ich dann hier auf... Ja, nee. Das können wir eben nicht bezahlen. Wir haben keine 16. Wir versuchen es mal so. Bin ich aber auch gespannt. Und? 15,8. Okay. 15,8 können wir bezahlen. Dann ist Marin weg. Dann sind wir aber fast schon im Minus. Aber wir können natürlich auch noch Spieler verkaufen. Ich mach das. So. Herr Egeter. Nee, Herr Ebischer. Ich will mal Egeter. Wer ist denn Egeter? Mein Ziel war ein Egeter. War das Thun? Weiß ich nicht mehr. So. Wie auch immer. Wir haben einen neuen Spieler. Beziehungsweise wir müssen natürlich mit ihm dann noch den Lohn verhandeln. Haben wir auch gleich. Ich wusste gar nicht, dass man das selber einstellen muss. Aber okay. So. Gut. Ähm. Schlüsselspieler. Das können wir akzeptieren. Ähm. Vertraglaufzeit. Ich würde mal drei Jahre vorschlagen. Ja. Das gefällt Ihnen. Und jetzt hätten wir gerne. Ähm. Eine Freigabesumme. X hätte er noch gerne. Ähm. Moment. Akzeptieren wir mal. Weil ich möchte ihn jetzt haben. Okay. Keine Freigabesumme. Eben. Dann der Lohn. Ist jetzt der 15.000. Oder beziehungsweise möchte er haben. Kann er haben. Akzeptieren wir. So. Der Mann gehört uns. Herr Ebisch. Jetzt darf ich ihn noch nicht immer Egeter nennen. Sonst wird er irgendwann grummelig wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir halt doch ein bisschen gucken. Dass wir noch jemand anderen loswerden. Muss man jetzt böse sagen. Weil. Ja. Jetzt haben wir. 8.000 haben wir noch als Transferbudget. Ja gut. Damit können wir leben. Solange wir nicht im Minus sind. Aber jetzt ist es natürlich erstmal Feierabend. Mit irgendjemandem kaufen. Jetzt müssen wir gucken. Dass er mit denen die wir haben dann zurechtkommt. Wir haben ja zwei Leute gekauft. Mittelfeld und Sturm. Mal schauen. Wie das dann rauskommt. Das können wir definitiv simulieren. Und dann haben wir hier. Nochmal Büro. Mutschi ist weg. Okay. Dafür haben wir nochmal 400.000 gekriegt. Okay. Und jetzt. Da können wir auch löschen. Sehr gut. So langsam kommen wir hier rein. Mit dem Menü. Hat ja auch lang genug gedauert. So. Nochmal Trainingstag. Ja. Auch das wird simuliert. Und auch hier gehen wir weiter. Und ein Spiel haben wir aber trotzdem noch keins. Ich weiss halt nicht. Also irgendwie. Man braucht natürlich so als Sesservorbereitung auch ein Freundschaftsspiel noch. Sagen wir nochmal das Karussell. Wisst ihr was? Wenn wir jetzt doch vielleicht noch einen Ball sehen. Oder wenn wir jetzt nochmal sehen. Versuchen wir das nochmal. So. Drei. Zwei. Eins. Okay. Warum warten das jetzt wieder auf. Falsches Ziel. Was muss ich? Den Heber muss ich machen. Ach. Hier. Ja. Okay. Ach. Da leuchtet wo er hin muss. Okay. Deswegen heisst es wahrscheinlich auch Karussell. Passt doch so weit. Jetzt leuchtet es aber nirgends mehr. Scheint trotzdem zu stimmen. Was ich gemacht habe. Ja. Guck mal. Das ist doch gar nicht so schlecht. Laudi ist hier dran. In der Mitte. Der Start steht dort. Der ging in Schilf. Der Ball. Der ging auch in Schilf. Das ist natürlich schlecht. Da hat man einen guten Start. Zone verlassen. Ich habe doch gar nicht. Ich habe keine Zone verlassen. Sag mal. Jetzt geht gar keiner mehr ins Ziel. Falsches Ziel. Ich habe wieder. Äh. Nein. Ich. Ich habe immer den Falschen erwischt. Glaube ich. Gut. Da gebe ich es ansehen. Aber dieses F. Heisst das. Dass das gar nicht gewertet wird. Das könnte natürlich sein. Das ist ja auch rot. Ach komm. Wir simulieren das. Das kommt. Äh. Ne. Ich möchte. Ja. Doch. 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 Möchte ich. Ja. Da haben wir zweimal A. Das werden wir mit Sicherheit nicht nochmal machen. Das muss ja nicht sein. Da können wir höchstens schlechter werden. Ja. Für Ziggy wurde das Angebot zurückgezogen. Das freut mich. Weil ihr hättet den sowieso nicht gekriegt. Also das habt ihr euch im Prinzip abschminken können. 400.000 Transferbudget ist natürlich auch nichts. Dann haben wir auch keine grossen Sprünge mehr. Ja. Simulieren. Und was haben wir als nächstes? Wir haben glaube ich tatsächlich keine Freundschaftsspiele. Für Berger. 1,35. Ähm. Jetzt wäre es halt schön, wenn man hier genau sehen würde. Ne. Den verkaufen wir nicht. Innenverteidiger. Ne. Der ist stark. Mit 68. Ne. Ne. Das könnt ihr vergessen. Äh. Gehen wir zurück. Den wollen wir behalten. Jawohl. Löschen. Dankeschön. Man hat ja einiges zu tun. Hier. Neues Stadion haben wir ja auch noch. So. Nochmal Training. Ja. Auch okay. Ich frage mich halt tatsächlich, ob keine Freundschaftsspiele kommen. Oh. Jetzt ist hier aber Rambazamba. Äh. Moment. Wenn ich so wische. Okay. Äh. Scout Bericht. Gehen wir mal gucken. Ähm. Wo haben wir hier? Gleich nochmal. Bericht vollständig. Starker Fuss rechts. Ja. Also die könnten wir kaufen. Sehe ich das richtig? Ja das sind halt. Ja. Aber wir haben das Geld nicht. Hm. Okay. Schön, dass der gescoutet hat. Dann sieht man hier die Stärke und alles. 69 ist natürlich schon stark. Ein Stürmer. Aber wir haben Stürmer. Ich würde sagen, das können wir eigentlich überspringen. Dann haben wir hier nochmal was. Nochmal ein Scouting Bericht. Ist das nicht das gleiche? Das sind doch die gleichen Kollegen hier. Ähm. Ähm. Ne. Da sehe ich die Stärke nicht. Kann das sein? Oder gucke ich wieder falsch? 23. Stärke. Nö. Stärke sehen wir nicht. Dann gehen wir da raus. Jo. Löschen. Dann haben wir weitere Berichte. Werde ich nicht mehr anfertigen. Zu dickens in IBAMA. Man müsste halt noch lesen. Okay. Stärke 69. Ja gut. Das hat sich halt erledigt durch die Transfers, die wir gemacht haben. Können wir auch löschen in dem Fall. Äh. Dann wisst ihr was? Das löschen wir alles. Weil wir brauchen. Ist ja gut, dass wir das gemacht haben. Aber wir haben jetzt die Stürmer und so weiter eigentlich gekauft. Also wir haben das Geld sowieso nicht, um hier irgendwas groß zu machen. Von daher. Gehen wir wieder zurück. Und. Gehen hier wieder in Richtung Zentrale. Da, IB Liga. Tatsächlich. Da beginnt tatsächlich dann schon die neue Saison. Wieder mit dem Spiel gegen die Young Boys. Das ist irgendwie erstaunlich. Ja. Mit einer neuen Mannschaft. Wir gehen mal zur Mannschaft, würde ich vorschlagen. Und gucken mal, wie wir das hier genau machen. Jetzt ist halt Laudi auf die Bank zu setzen, ist irgendwie ein Wahnsinn. Aber wir haben natürlich hier mit Barbero. Man sieht aber auch, der ist aber nicht massiv stärker, der Barbero. Der hat einfach eine 70. Ich würde sagen, ja, wir wechseln trotzdem mal. Ja, da kommt der Barbero. Dann haben wir Laudi immerhin auf der Bank noch. Und jetzt haben wir hier unten Siegmund, rechter Verteidiger. Da ist Karacic. Badia Innenverteidiger. Wo ist denn jetzt? Äh, genau. Warka und Warkas. Warkas spielt. Wo ist denn der andere, den wir gekauft haben? Äh, da. Äbischer, da ist er doch. Äh, der kommt für... Ja, für Piero, würde ich sagen. So, Äbischer hier rein. Dann sieht das doch cool aus. Fasnacht, Äbischer, zwei Youngboys, ehemalige Youngboys-Spieler. Blanko und Warkas. Boah, das ist, ich meine, Warkas Bundesliga. Blanko, äh, von Real Madrid gekommen. Das ist ein Mittelfeld. Vorne Sturm, Heisi, Barbero. Wenn Heisi nicht genügt, dann kommt Laudi rein. Ganz einfach. Und hinten ist es so schlecht auch nicht mehr. Also, ich würde sagen, die Mannschaft, die hat durchaus, sagen wir mal, ja, Potenzial, um hier wieder was zu reißen. Wir sind eigentlich mit einer schwächeren Mannschaft, behaupte ich, Meister geworden. Jetzt würde ich gerne noch ganz kurz gucken. Äh, wo haben wir denn den Kalender? Da, Saison. Ja, Kalender, das wollte ich sehen. Aha, da haben wir die Youngboys, Ruhetag. Dann haben wir das hier. Komme ich da einen Monat weiter? Ne, ich möchte nicht simulieren. Wochenkalender, Monat, RT. Aha, okay, weil ich möchte wissen, wann die Champions League quali. Aus, W, UCL. Okay, was ist das denn? Ist das die Auswechslung? Was? Aus, W, Auslosung? UCL? Champions League müsste das sein, UEFA Champions League. Aber was ist denn Aus, W? Ja, wir werden es rausfinden, was die Aus, W ist, würde ich sagen. Gut, jetzt haben wir zwar kein Spiel gehabt, aber wir sind doch relativ, ja, es sind Umbrüche, was wir hier gehabt haben jetzt. Natürlich mit einem Iniesta, der geht. Wow. Und jetzt haben wir dafür ein Mittelfeld, also für eine Schweizer Mannschaft, würde ich sagen, ist das dann doch allerhand, was wir da haben. Mit vier so hochkarätigen Spielern. Ich bin da eigentlich guter Dinge, dass wir vielleicht sogar die Champions League quali schaffen. Aber das werden wir wissen, wenn wir dann die Spiele haben. Ich danke euch fürs Zusehen. In der nächsten Folge, ja, das erste Spiel gegen die Young Boys. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich denne. Tschüss. Ich bin da. Tschüss. Tschüss. Bye. Swatch. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017